Moin Leute, wie ihr sehen könnt, ist der Modus Woke to Six Invitation da draußen. Dieses Event geht bis zum 21.02. Bei diesem Event spielt ihr Bomber auf der Map Stadion. Die Matches haben eine Operator-Bahn-Phase und die Runden sind 3 Minuten lang. Die Stadion-Map kennt man bereits aus dem Jahr 2020, 2021. Und das war es auch schon mit dem großen Event. Leider gibt es keine Event-Packs, wie zum Beispiel die E-Sport-Packs, die man kaufen kann. Die werden wahrscheinlich wieder nur in den Streams zu erwerben sein, indem man beim Stream zuschaut und dabei stündlich die Packs verdient. Dazu kommt aber noch ein extra Video, sobald ich mehr Informationen dazu habe. Ansonsten gibt es noch, passend zum Jahr des Tigers, zum chinesischen Neujahrsfest, eine Tiger-Tarnung plus einen Tiger-Charme. Hierbei kostet das Paket, da ich schon die Tarnung besitze, eigentlich 1200 Credits oder 50.000 Ansehen. Also wer sich die holen möchte, greift lieber schnell zu, bevor die wieder weg ist. Das war es auch schon mit dem Video. Lasst gerne einen Follow da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.